Ja, halli, hallo und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Half-Life, der erste Teil. Und ja, ich habe gegen die erste Spielegrundregel verstoßen überhaupt. Und zwar ist das, pausiere niemals ein Spiel mitten im Bossfight und schon gar nicht für gefühlt zehn Jahre. Nein, das ist jetzt vielleicht ein, zwei Monate her, dass ich hier zuletzt gespielt habe. Und ich habe zuletzt kläglichst versagt, wie man das eben von mir kennt. Und jetzt gibt es nur zwei Varianten. Entweder rocke ich jetzt diese Sache sowas von dermaßen, weil hier so halbes Anfängerglück etc. Oder aber es wird ganz, ganz grausam. Ich hoffe, ihr habt Erbarmen mit mir und wir versuchen unser Glück. Da geht es schon gut los. Vielleicht hätte ich auch hier runterfallen können, ohne mir direkt die Knochen zu brechen. So. Und da sind wir auch schon in diesem wunderbaren Kampf. Und ich habe mir vorgenommen, mehr mit dem Granatehäufer zu machen. Was wir im Vorhaben gehört, ist offenbar nicht zu treffen. Au. Und diese ganzen kleinen Kackfiederbänder schon wieder rin. Und da ist es auch schon unten. Und ich glaube, es ist auch schon wieder tot. So. Damit wäre der erste Teil dieses Elends schon geschafft. Und jetzt geht es nämlich weiter. Und zwar. Ich stehe mich mal hier in die Heilsuppe. Ähm. Oder auch nicht. Denn die Heilsuppe ist verschwunden. Was war das jetzt? Nein, die Vier sind ja immer noch. Ähm. Das ging jetzt besser als gedacht. Aber ich glaube, wir waren hier tatsächlich auch schon mal. Au. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Und warum eigentlich? Äh. Komm doch her, du Sau. Okay. Ich glaube, das ist aber schon gar nicht mal so blöd, sich hinzustellen. Oder? Ich weiß es nicht. Was waren denn die besten Waffen gegen diese Dödeltypen? Ah. Komm her. Ich denke, ich habe so einen tollen Wochen. Oder wie? Nein, 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 nein. Fuck. Oh nein. Leute, ich habe es gewusst. Ich verkack's. Aber egal. Das ging jetzt gerade erstaunlich gut. Versuchen wir es noch ein Stück besser zu machen. Ah. Das ging auch schon mal besser los. Ich weiß, es ist feige. Aber ich mache gerade nochmal ein Save Game. Das spart uns immer einen Einschritt. Yay. So. Dann packen wir mal zur Power hier voll. Dann fangen wir an, den guten Typen da hoffentlich etwas einzuheizen. Versuche ich das nicht gleich mit diesen Kanatwerfer-Dings, die ich gemacht habe. Ich war ein ziemlicher Depp. Offenbar. Komm schon nach unten. Jawoll. So gucke ich mir das. Ich hänge irgendwie fest. Wann hänge ich denn fest? Nein, Leute. Ich bin in den Boden gebackt. Wieso? Jetzt bin ich wieder rausgebackt. Scheiße. Nein, nein, nein. Ah. Wunderbar. Heilbrunnen. So. Und ja, ich habe gesagt, Heilbrunnen, nicht Heilbrunnen. Haha. Ein kleiner Kekker-Witz am Rande. So. Soll ich nochmal speichern? Ich weiß, es ist ein bisschen lähmen, oder? Ach, kommt, das schaffen wir auch so. Okay. Voller Gesundheit werde das gedacht. Geht es also tatsächlich in die Alien-Welt? Nein! Okay. Das war mega fehl. Ach, Schande. Schande über mich. Das ist so eine Mischung. Ich schaffe jetzt den Kampf wenigstens. Aber dafür fehle ich bei den grundlegsten Sachen. Zum Beispiel gucken, wohin man läuft. Das ging schnell. Das ging überraschend schnell. Das ging sogar sehr, sehr schnell. Komm schon. Platz, du Sack. Okay. Wunderbar. Das wird immer besser. Ich weiß gar nicht, wie ich mich sonst so anstellen konnte. Das ist doch überhaupt nicht so schwer. So. Okay. Und wir sind unten. Jetzt müssen wir nur noch diese Steppen hier abschießen. Ich mache jetzt mal hier einen kleinen Safe. Nein! 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 Leute! Hilfe! Oh nein, warum? Wieso? Und weshalb eigentlich? Ähm. Oh. Okay, der hat hier zum Glück irgendwie ein Autosave gemacht. Wieso habe ich den Phone nicht geladen? Das ist ja kurios. Oh. Der Autosave hat mich jedenfalls gerettet. Weil ich hätte mich jetzt hier gerade in dem Tod gespeichert. So. Ah. 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 Nein! Okay, wir müssen mal, glaube ich, gerade dieses Safe. Geben, dann löschen. Geht das hier überhaupt aus dem Dingens heraus? Nein, leider nicht. Okay. Dann darf ich mich einfach nicht mehr so dumm anstellen. So. Und los. So, ich hatte jetzt irgendwie mehr davon auf. Da hatte ich gesagt, ich dachte, ich würde jetzt hier raus katapultiert werden. Zum Beispiel so. Um Himmels Müll, um Himmels Müll, um Himmels. Okay. Oh nein. Oh nein. Dass ich so dumm wäre. Wäre das sogar ziemlich witzig. Das trauriger ist an der Sache. Oh. Leute. Okay, wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Eieiei, da habe ich mich ein wenig verschätzt und hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass in diesem Spiel Quid Game wirklich Quid Game heißt. Es ist verrückt, oder? Nein, also manchmal ist das ja so, dass man dann nur zurück ins Hauptmenü gelangt. Und das ist hier offenbar nicht so, auch wenn ich das so in Erinnerung hatte. So, auf jeden Fall muss ich etwas koordinierter vorgehen. Was seid ihr denn für welche? Okay. Okay. Ja, ja. Oh, genau. Okay. Okay. Wahrscheinlich stürze ich gleich wieder in den nächsten Abgrund. Okay. Das war nur ein Loch. Okay, ich muss mir auch was gegen diese Typen einfallen lassen. Alter Schwede. Warum tun sie das? Ach, übrigens habe ich keine Möglichkeit gefunden, diesen Safe-Dingens hier zu löschen. Und ich frage mich tatsächlich, wo da das Problem liegt. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, was für ein Problem diese anderen Typen hier mit mir haben. Ach, kommt schon. Das ist doch nicht wahr. Ach, das ist ein schlechter Scherz. Ah, da, 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 da. Wir machen einen... Bla. Okay, jetzt mache ich hier nochmal einen Quick Save, so. Okay. Das Problem sollte sich schon mal erledigt haben. Und jetzt müssen wir nur nochmal schauen, was es mit diesen komischen Heinis da auf sich hat. Nicht mit diesen Heinis, die kennen wir ja schon. Okay, jetzt weiß ich vielleicht etwas verschenkt. Na, wo rutsche ich denn hier überall hin? Das ist ja unfassbar. Komm schon. Plattform, 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 Plattform. Ich sterbe doch dermaßen... Oh, fuck. Aber hätte ich denn jetzt hinspringen sollen? Da war doch nichts. Nichts, was mich... ...hätte überleben lassen zumindest. Okay. Wir machen... Oh, jedes Mal dieser verfluchte Abgrund. Ich habe ja gesagt. Äh, da wird es richtig gut oder richtig schlecht. Das ist gerade der Part, wo es richtig schlecht ist. So stürzt du nicht. Okay. Das ist so ein Typ hier hinten. Und den kann ich mit meiner... ...Mega-Waffe auf Doom... ...herunterholen. Okay, das war schon mal ganz cool. Ich hoffe, davon kommen keine neuen. Das wäre... ...zumisch nervig. Demgegen kommt definitiv neu. Komm schon. Ach, das gibt es auch nicht. Okay, jetzt muss ich also irgendwie versuchen... ...hier auf so ein Rochenvieh hochzukommen. Okay, ich probiere es mal mit... ...in diesem kleinen Loch hier. Oh, Feuer! Los, schon! Mach schon! Also irgendwie klappt das nicht so ganz, oder? Was tut es? Es frisst mich nur, aber es... ...es macht mir enorm viel Schaden. Okay, 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 okay. Was verstehe ich hier nicht? Oder was verstehe ich falsch? Ich weiß es nicht genau. Okay, das sah besser aus. Meine Fresse ist so hoch, wie ich hier springe. Dann muss man doch sterben. Eine Plattform wäre weiter oben gewesen, aber... Ich schaffe das noch nicht ganz. Okay. Nein, ich habe es genau gewusst. In dem Moment, wo ich da hinlaufe, habe ich es gewusst, dass es zu spät ist. Ach, komm schon! Wieso komme ich denn da nicht mehr rüber? Jetzt. Man sollte auch springen. Das ist das Geheimnis. Hier habt ihr es zuerst erfahren. So. Ach, schau, was ist denn das Schönes? Oh! Okay, da geht es runter. Wie möchte ich das? Ich glaube, ich möchte es nicht. Oh, es gibt aber... Par... So. Ich sterbe jetzt, weil ich in diesen... ...Schlund-Einträgen... Ja, toll. Ich habe in so einem hessischen Netz festgehangen. Gibt es noch was? Nope. Das Schöneste ist, ich finde diesen Ort wahrscheinlich nie wieder. Obwohl doch, das war... ...irgendwie hinten rechts und dann... Aha. What? What? Das sieht aber verdammt richtig aus. Ich glaube, ich musste vielleicht gar nicht... ...nach oben... ...alternativ... ...laufe ich gerade komplett in den Tod und traf es nicht. Da hinten gibt es... ...Heilung? Ach, da gibt es vielleicht einen Vorläufer von mir... ...oder einen Vorgänger... ...für den es nicht so gut... Huh, geendet hat. Oder geendet ist. Da gibt es noch so eine... ...komische Muni. Für was war diese Muni eigentlich? Das war doch für etwas Großes. War das... ...was war das denn eigentlich hier für ein Ding? Ach, das war doch dieser... ...krasse Strahl, den wir relativ zum Schluss bekommen hatten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier speichern sollte... ...oder ob ich es überlasse. First entscheide ich mich fürs Lassen. Habe ich jetzt hier alles gefunden... ...was es zu finden gibt? Ich glaube, von hier kam ich, oder? Ja, genau, hier sind diese Zähne. Okay. Ach, da gehe ich jetzt sowieso. Also gehe ich hier nochmal lang. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was es hier gibt. Oh, what the heck? Moment. Gib mir nur einen Moment. Okay. Das sah, glaube ich, ziemlich richtig aus. Ich bin recht überzeugt, dass das sehr gut war, was wir jetzt hier gemacht haben. Daher möchte ich nochmal einen kurzen Speicherpunkt festlegen. Ach Gott, wie war denn das jetzt mit diesem... Ja, so schon mal nicht. Sorry dafür. Ah, Mensch, wie war denn das mit diesem Sprung? Weiß nicht, ob ich... Nein. Verdammt, ich sollte das mal auf dem Boden üben. Ah, da komme ich jetzt so schnell nicht mehr hin. Und ich möchte keinen Speicherpunkt laden. Es gab doch diesen Sprung. In die Knie gehen und dann... Springen, dachte ich. Puh. Beim letzten Mal hatte ich ihn noch drauf, würde ich behaupten. Wie war eigentlich die Schnellladetaste? Ich muss nochmal fix schauen. Oh, da, 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 da. Vielleicht fühlen wir hier auch noch das mit dem Sprung. Ja, das sieht nicht so aus. Quick Load ist F6, okay. Und ansonsten habe ich leider nichts Korrektes gefunden. Nur, dass Steuerung links diese Duck-Taste ist und dann gab es noch Space. Und gemeinsam hätte ich halt, wie gesagt, gedacht, dass es da diesen weiten Sprung gab. Ah, ja. Ich habe übrigens gefühlt gerade genau das gleich gedrückt, was ich eben schon in der Zeit betätigt habe. Aber gut. So, ich hoffe, ich bin jetzt auch auf dem Weg in die richtige Richtung. Und mir ist kotzübel. Das überlebe ich doch nie. Ja. Und ich hatte recht. Leider. Ähm. Ach so. Vielleicht sollte ich mich auch schlauerweise einfach nach unten arbeiten. Was habe ich denn falsch gemacht? Also ich... Naja. Ich ducke und dann springe ich nach vorne oder nicht. Oder muss ich denn... Ich muss das vielleicht schneller hintereinander machen. Das ist vielleicht das Rätselslösung. Quasi. Ja. Okay. Das ist wirklich das Rätselslösung. Jetzt sollte ich nur noch treffen. What? Was mache ich denn manchmal falsch? Ich glaube, das war zwar nicht dieser weite Sprung, aber es hat irgendwie funktioniert. Besser als nichts. Jetzt sollte es hoffentlich noch ein paar Mal mehr funktionieren. Oder ein paar Mal öfter. Ist das jetzt hier die nächste vernünftige Sprunggelegenheit dort vorn? Ich befürchte, ja. Oh, das wäre beinahe schiefgegangen. Okay. So, irgendwo ist jetzt hier die andere Blattwurm. Nehme ich hier. Und da ist schon wieder ein blödes... Ich nenne es liebevoll Kackvieh. Aufgeploppt. Das ist übrigens die offizielle Bezeichnung. Die wurde damals auch von Valve bestätigt, dass diese Rasse Kackvieh heißt. So. Also wenn man hier nicht mit voller Gesundheit startet, dann hat man ja aber mal dermaßen ein Problem. Okay, jetzt kommt hier gleich irgendwo die Plattform. Wo, wo, wo? Direkt weiter? Kommt direkt weiter. Jawohl. Okay, jetzt ist so die Frage. Nein. 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 Oh, Mutti. Wieso? Was habe ich getan? Das eine Mal ist es zu kurz, das andere Mal ist es zu lang. Meine Güte. Ich habe keine Geduld für solch einen Spielabschnitt. Zumal ich ja gerafft habe, was zu tun ist. Die Umsetzung ist halt nur mangelhaft. Das ist eigentlich immer das Schlimmste. Na komm schon. Was soll ich jetzt hier jetzt mal speichern, ist auch lahm. Ich speichere jetzt hier nicht. Nein. Uiuiui. Bei der Plattform ist es hier jetzt immer sehr, sehr knapp. Viel zu knapp, wenn man mich fragt. Den Absprung habe ich verkackt. Was, wo und wieso überhaupt. Wo ist denn das Vieh? Oder sind das diese Rochen, die hier solche Geräusche von sich geben? Ah, ne, da ist noch das Vieh. Dahinten ist das. Meine Güte. Ah, schwere Geburt. Okay. Auf zu neuen Taten. Jetzt muss ich da rüber. Gut. Das sollte gleich abzupassen sein, hoffentlich. Schauen wir nochmal. Jetzt vielleicht? Jo. Ei, ei, ei. Okay, das war beim letzten Versuch aber etwas... gesünder, das ganze Unterfangen. Au, wo? Scheiß Vieh. Wo ist eigentlich die nächste Plattform? Ach, hier. Wenn man vom Teufel spricht. Nein. Au. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Okay. Aber ich bin total motiviert, weil ich ja, wie gesagt, das Ziel vor Augen habe. Und das ist schon mal sehr viel wert. Es wäre viel schlimmer, hier unmotiviert herum zu vegetieren. Das war blöd. Das war richtig blöd. Das nützt mir auch nichts. Na? Ich finde diese Rochen irgendwie sehr witzig. Aber... Oh, die verpuffen dann einfach. Ich muss den tatsächlich abspringen. Ich versuche das Ganze jetzt mal abzukürzen, indem ich aus der Ferne drauf springe. Uh, okay. So, gibt es jetzt noch eine Plattform hier? Oder kann ich direkt... Ich kann direkt meinen Platz auf dem Rochen suchen? Komm, rein da. Oh, jawohl. Uh. Aber mit 11 HP. Ich weiß nicht, ob das so geil war. Die sind ja nicht so lebensbejahrend. Okay, wir haben es jedenfalls erstmal heraus geschafft. Jetzt ist es nur die Frage. Oh! Ich glaube, die konnten ja nicht schießen. Also die konnten ja nur zuschlagen. Die können ja sonst nichts. Hat der jetzt ja eigentlich selbst gespeichert? Ja, hat er. Anscheinend. So. Viele, viele Tentakelviecher. Neh. What? Oops. Ach, hör drauf. Also ich habe schon wieder den Fakt vergessen, dass ich fast tot bin. Der allerdings leider nicht ganz unbedeutend ist. Kann ich das viel umgehen, indem ich hier oben irgendwie... Komm schon. Okay, weil da trüben scheint es etwas Interessantes zu geben. Die Frage ist nur, ob ich da überhaupt so reinkomme. Auf diesem Wege... Ach nee, aber da komme ich lang. Ich fand das total korrekt von dem, dass er einfach stehen bleibt und sich erschießen lässt. Wenn wir das alles machen würden, hätten wir hier gar keine Probleme. Dieser Kollege zum Beispiel wollte heute keinen Besuch mehr empfangen. Ist das denn halt blöd? Alter, schwer, wie ich mich auch jedes Mal verjage. Ich bin echt eine sehr scheue und schreckhafte Kreatur. Oh nein, ich glaube, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Da ist so ein Heilbrunnen. Die Frage ist nur... Ja, es ist ein Heilbrunnen. Ähm, die Frage ist nur... Bin ich so geschickt, dass es mir das was bringt? Oder sterbe ich dabei erst recht? Okay. Jede Menge Heilung. Jede Menge... Huch. Jede Menge Power. Jede Menge Power. Gut. Ähm, ich versuche einfach mal mein Glück, indem ich nochmal ein kurzes Safe-Gamer stelle. Okay. Wieso hänge ich hier ständig eigentlich? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Heilung. Okay. Treffe ich den Typen hinten? Jo. Was springt dort drüben noch rum? Ich habe leider keinen Dunst, was es ist. Nehmen wir doch mal die... Oh ja, davon habe ich jede Menge. So. Okay. Komm ich hier hoch? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du kannst es schaffen. Gordon, los! Okay. Er möchte nicht. Gordon hat keine Lust. Aufgrund meines enormen... Ja, ich wollte gerade sagen, aufgrund meines enormen Failens heute würde ich auch eine etwas längere Folge mal wieder machen. Zum Reinkommen ist das sowieso immer ganz brauchbar. Wir sind jetzt bei etwa einer halben Stunde nicht ganz... Aber ich schätze mal so 10 Minuten können wir ruhig noch dranhängen. So. Hier habe ich mir jetzt alles ergattert und hier springt noch... Ach, da springt gar keiner rum. Das ist nur diese hässliche Bolzen. Okay. Ich dachte schon, da hat sich einer festgepackt. Beziehungsweise würde da rumklitschen. So. Der Tentakulomat 3000 wartet auf uns. Aber wir lassen ihn auch noch etwas warten. Okay, da kommt man um schon mal dort raus, würde ich behaupten, was ich vorhin gesehen habe. Die Frage ist nur, was einem das bringen soll. Nein, ich liege falsch. Also doch, wahrscheinlich kommt man da schon raus, aber... Hm. Hier ist wieder Heilbrunnen. Spaß. Das ist mit Sicherheit das Loch. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und der erste, der Tentakulomat. Man kann den ja anscheinend auch nie so richtig töten. Man kann den ja immer nur verletzen, dass er sich zurückzieht. Aber das nützt uns ja auch gar nichts mehr. Da müssen wir hoffentlich erstmal nicht hin. Und der guckt dort die ganze Zeit in die Wand rein. Warum auch immer er das tut. Eigentlich würde ich ja gerne aus Spaß da mal reinspringen. Aber... Vermutlich ist es eher unspektakulär. Ja. So, hier können wir tatsächlich nichts weiter tun, als uns heilen zu lassen, was ja schon mal großartig gewesen wäre, wenn wir es noch brauchen würden. Aber ich fürchte, wir werden es noch früh genug brauchen. Zum Beispiel, wenn wir uns hier in diesen Teil der Höhle oder wie auch immer man es nennen möchte, vorwagen. Ich muss mal einen kurzen Klick erhaschen. Aber durch kommen wir hier nicht. Ach du Scheiße! Der kommt aber durch. Oh holy moly. Oh fuck. Und ich habe erstmal eine ganze Raketenmunition verschossen. Wie dumm von mir. Habe ich eigentlich noch die? Habe ich nicht. Okay. Ah, komm zu Papa. Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Ich schreite eigentlich immer so wie so ein menschlicher Soldat, wenn der getroffen wird. Oder bin ich das? Weil ich irgendwie was von einem... Jetzt habe ich es zum Beispiel gerade nicht mehr gehört. Toll. Soll ich den überhaupt töten? Kann ich ihn überhaupt töten? Ich weiß gar nicht, wie wir ihn beim letzten Mal besiegt haben. Ich glaube der ist nicht so beeindruckt. Vielleicht muss ich auch nur an ihm vorbei und ihn dann in einem anderen Abschnitt töten. Das wäre natürlich enorme Ressourcenverschwendung, was ich dann gerade tue. Der greift mich hier drin aber auch nicht an. Das ist irgendwie komisch. Okay. Okay, zu früh geworden. Okay. Ja. Also ich würde behaupten, das bringt überhaupt nichts. Okay. Was tun wir also? Ja. Stimmt. Ich habe noch hier ganz viel explosiven Scheiß dabei. Ja. Aus diesen Viechern bin ich ja nie so richtig schlau geworden. Ach, schau. Kann ich ihn damit vielleicht ablenken? Das wäre ja verrückt. Ja, er ist sichtlich beeindruckt. Na, großes Kino. Okay. Hi. Ah, da, 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 da. Wir locken ihn nach Heilbronn. Ah. Momentchen mal. Vielleicht können wir ihn austricksen. Oh, ich könnte ihn vielleicht sogar in ein paar explosive Fallen locken. Das Problem ist nach wie vor, dass ich nicht weiß, ob man die so töten kann. Ich weiß, dass wir schon mal einen getötet haben. Und zwar, also mindestens einen. Ich glaube, es waren sogar zwei. Den einen haben wir mal hochgejagt mit einer Raketenabschuss, äh, Abschussstation, die wir uns angeeignet haben. Oh, holy moly. Okay. Ja, das war super. Das war ganz großes Kino. Ich sehe, er ist begeistert. Der hat mich jetzt überhaupt nicht bemerkt, oder wie? Hey. Moment. Was? Ha! Man kann ihn besiegen. Jawoll. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendwas bringt. Ich wollte ihn eigentlich nur da rauslocken. Oh, meine Güte. Sehr cool. Und wir haben wieder mehrere Wege. Ich, äh, finde das einerseits geil, andererseits hasse ich es. Ich habe immer den Drang, alles Mögliche zu erkunden. Ach Gott, wie war das mit diesen Dingen hier? Ach, die platzen noch dann, oder? Ach nein, ich Idiot. Die platzen gar nicht. Das ist hier wieder dieser, dieser tolle Munitionstyp, wenn man es denn so nennen möchte. Unsere kleinen, explosiven Freunde. Man sollte eben nur aufpassen, dass sie ein Ziel haben, sonst bringen sie einen selbst um. So. Okay. Ach du Scheiße. Ja, Jump'n'Run-Anlagen, liebe ich ja. Ich finde, davon sollte das Spiel viel mehr haben. Okay. Aha. Okay. Ach nein, das sieht nochmal nach einer Jump'n'Run-Entlage aus. Okay. Wow. Was ist jetzt passiert? Also irgendwas hat es, irgendwas hat ihre Aufmerksamkeit und irgendwie sind hier grad Steine runtergebröckelt. Oder aber ich täusche mich und die sind... Nein, sie sind nicht abgelenkt. Okay, sie sind wirklich nicht abgelenkt. Hallo. Ja, okay. Hey. Oh, das sieht sehr gut aus. Auch hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber hey. Oh. Geschenkten Gaul und so. Na? Okay, das sind unsere... Freunde. Hier komme ich ja nicht rum. Nope. Komm ich hier durch? Ich hoffe doch. Nein. Ich bin... Wow. Fuck. Ich habe festgegangen an dem Typen. Okay. Geht es dir auch nochmal lang? Okay, scheiße. Das hätte ich mal von weg gucken sollen. Ich meine hier so. Naja, nein. Okay. Gut. Gut. Je esteja, der gu Mann in den Fall ... filmoo und sch카� Relang! Scheiße. Scheiße. Da, 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 da ... Ahem, das geht so. Okay. Especially. Was läuft gerade viel zu gut? Wahrscheinlich sterbe ich gleich wieder in sinnlosen Tod. Toll. Ich muss hier überhaupt nicht hin. Und was war das gerade für Geräusche? Das klang gerade wie Luftangriffe oder sowas. Ich glaube, jetzt muss ich so drüber nachdenken. Die kam auch schon die ganze Zeit davor irgendwie. Muss ich zum Typen hier rein? Das sieht so weiträumig aus. Nein, nein, da muss ich definitiv nicht hin. So. Okay, dann muss ich also doch hier hoch. Ihr wisst ja, ich bin Schösser. Ich speichere mal lieber. Es ist zu unser aller Wohl. What? Seit wann hält man von denen denn nur zwei Schläge aus? Zumal ich volle Gesundheit hatte. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Der ist auch reichlich unbeeindruckt von meinen Granaten, merke ich. Wir werden keine besten Freunde mehr in diesem Leben. Die Typen checken auch irgendwie gar nichts. So. Das nächste Portal. Ich werde bekloppt. Wow. Holy moly. Ach Gott. So. Jetzt halt mal fix die Waffen durchzuladen. Sofern notwendig. Ich glaube, das Ding kann man nicht durchzuladen. Das mit Sicherheit auch nicht. Zumal ich dafür eigentlich keine Munition mehr habe. Obwohl, das sind noch sieben Dingsis unten zu sehen. Die Frage ist nur, was wirken sieben Dingsis? So. Die Stolle ist durchgeladen. Revolver anscheinend auch. Wir sind anscheinend gut dabei. Okay. Dann würde ich sagen, ist das doch der perfekte Ort für ein Break, wenn ich es nicht verkacke und jetzt doch reinrenne. Nein, wir sammeln nur noch fix die Sachen hier ein und hoffen, dass wir es in der nächsten Folge unserem Kollegen hier nicht gleich tun und hoffentlich voranschreiten. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich nicht gespoilert, wie lange das Spiel ab jetzt noch ist. Ich weiß gerade noch nicht mal, in welchen Kapiteln wir stecken. Das kann ich wenigstens mal fix nachschauen. Interloper. Oder wie auch immer man das aussprechen mag. Ich glaube, Interloper. Okay. Ja, also wer das Spiel kennt, der wird jetzt wissen, wie weit ich bin. Ich lasse mich noch überraschen. Ich möchte mich so wenig wie möglich spoilern. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass ich nach all der Zeit, in der es Haftelfelt gibt, immer noch keinen Dunst habe. Um was es sich dort wirklich dreht, ist es verrückt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Geduld. Und ich hoffe, wir gehen erfolgreich in die nächste Folge. Bis dahin. Und tschüss. Euer Nick.